Das ist echt schwierig. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es wieder um Beziehung und Liebe. Das ist heute Teil 2 des Beziehungstalks. Ihr habt mir noch mal ganz, ganz viele Nachrichten und vor allem Fragen geschickt. Und ganz besonders interessiert euch anscheinend meine private Beziehungsgeschichte, was ich schon so alles erlebt habe. Und da werde ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist ja gar keine Frage. Ja, wo fange ich an? Also ich würde sagen, bei meinem letzten Freund war es so, der war eher wie so eine Schildkröte, die man hinter der Heizung vergessen hatte. Und die da irgendwie so ganz langsam festtrocknete. Und der so ganz langsam alles Leben entzogen wurde. Nein, nein, da muss was passieren. Aber eben nicht, nicht zu viel. Nicht so viel, dass ich unentwegt in so einem psychotischen Rausch lande. Wie bei meinem vorletzten Typen, der, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber echt nur von einer Krise in die nächste segelte. Der hat nicht eine einzige Nacht geschlafen, wenn er bei mir war. Er hatte immer so, so Angstattacken. Und er lag immer nackt auf dem Fußboden und hatte einen Föhn in der Hand und zitterte. Und ja, dieser dünne Mann lag auf den Fliesen und kratzte sich und zitterte. Und er bekam, er bekam kaum noch Luft. Irgendetwas war da in dem. Der hatte so eine Angst vor seinem eigenen Leben, seinem eigenen Anspruch an sich. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Da war so ein Lachen und so eine Angst und meine Haut. Kein Schutz mehr vor der Außenwelt. Dieses Außen ist hier in mir. Überall. Ich bin all das. Diese Angst vor dem Zusammenbruch. Diese Angst, alles zu verlieren. Dass das alles hier zusammenbricht und dann, und dann was? Ich bin all das, was ich da draußen sehe und nicht aushalte. Ich will das nicht sein. Und ich kann da nicht mehr drauf gucken als etwas Fremdes. Ich bin das ja selbst. Ich bin das ja alles selbst. Und wenn das alles... Untergeht. Dann gehe ich auch unter. Und wenn ich das da draußen alles zerstören will, dann muss ich mich selbst zerstören und... Ich will, muss, ich muss unbedingt doch auch mal zur Ruhe kommen. Im Rausch der Ereignisse verstehe ich nichts mehr. Und die Welt wird ein Rauschen. Ein Rauschen an Hintergrundinformationen. An Informationen, die mich von einer Bewusstlosigkeit in die nächste schocken. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich... Ich komme nicht hinterher. Manchmal möchte ich einfach nur da liegen mit dir. Mein iPhone an meine Bluetooth-Box anschließen. Radiohead hören und auf dem Display die Lyrics zu... How to disappear completely aufrufen. Und dann den gesamten Abend mit dir aufs Display schauen und... Und Arm in Arm liegen. Und dann alle Radiohead-Songs hören, die es gibt. Und gemeinsam mitsingen. Leise. Dich dabei anschauen. Deine Stimme hören. Und ich höre dich. Dein Herz schlagen in dieser dünnen, schutzlosen Haut mit deiner wunderschönen Stimme. Und wir rauschen durch diese Klänge und... Texte und... Ja, ich möchte, dass dieser Augenblick... Dieser Moment hier... sich herauslöst aus meinem Leben und... Wir sind nur noch Klang, Geräusch, Stimme. Die Zeit wird... Flüssig. Gasförmig. Nicht mehr zählbar in irgendwelchen Einheiten. Wir sind jetzt einfach hier. Ein Universum aus Verletzungen und Wunden und... Ich bin da für dich. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr... meine Videos abonniert, so wie immer. Und natürlich auch mal nochmal die alten Videos reinschaut, wo wir nochmal über Beziehungen gesprochen hatten und Liebe und Freundschaft. Und da fällt auch noch ein Like da lasst. Macht's gut, ihr Süßen. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.